Graubünden Golf präsentiert Der Augenentspanner Schau mal, Eisenschwinger, gerade ein ganzes Rudel. Und jetzt schauen sie alle ganz fest am Ball noch. Der Ball hat vielleicht ein schönes Fettel an. Tschatschen! Ja, sie schauen ja immer noch. Jetzt ist die Landschaft dran. Landschaftsspanner! Tschatschen! So einen Blick in die schöne Natur tut der Seele gut. Ja gut, also trotzdem. So Berge gehen anstarren. Die werden von lauter Scham ja noch rot im Gesicht. Blödsinn! Geniesst lieber auch ein bisschen die Aussicht. Das tut gut. Ja, also gut. Hey, Eisenschwinger! Hier machen sie richtig! Ball wegschiessen, Aussicht geniessen! Ball wegschiessen, Aussicht geniessen! Passend zur Golfkur gibt es jetzt das Bündner Golf Präparat im exklusiven 6er Pack. Erhältlich in allen Bündner Golf Clubs und online. Für mehr Wohlbefinden und Spielspass lissen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Caddy oder Flightpartner. Oder mich, der Dr. Tschatschen! Ruhe jetzt! Raumburgesst! 1